Setz dich, Adrien! Sie zeigt dies, als sie Gabrielle bittet, ihren Sohn zur Schule gehen zu lassen und dass sie sich um seinen Stundenplan kümmern würde oder, im Christmas-Spezial, wenn Nathalie alle Freunde von Adrien ins Haus einlädt, damit sie wissen, dass er in Sicherheit ist und dass Adrien ein frohes Weihnachtsfest haben kann. Nathalie liebt ihren Chef Gabrielle Agreste, für den sie notfalls ihr Leben geben würde. Dass sie als Majura viel Schaden anrichten kann, haben wir bereits gesehen. Wie wird es aber in der letzten Folge für Hawk Moth aussehen? Wird er mit Majura Paris einnehmen? Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, dann zeig es uns doch mit einem Daumen nach oben, abonniere Trendshow und sei gespannt auf die nächsten Videos! Die finale Episode Es ist offensichtlich, dass Nathalie mehr Gefühle für ihren Chef hegt, als nur eine freundschaftliche Chef-Sekretärin-Beziehung zulassen sollte. Immer wieder wird deutlich, dass sie in Gabrielle Agreste verliebt ist und alles für ihn tut. Nicht, weil sie ihren Beruf über alles liebt und ihren Pflichten gewissenhaft nachkommen möchte. Und auch nicht, weil sie etwa ein empathischer Mensch wäre. Wir haben gesehen, dass sie zwar höflich gegenüber anderen Menschen ist, aber sehr distanziert. Sondern vielmehr, weil sie sich womöglich insgeheim erhofft, dass ihre Taten eines Tages gewürdigt werden. Und damit hat Nathalie auch auf die ein oder andere Weise Erfolg. Denn Gabrielle Agreste schätzt seine Sekretärin. Und als diese durch das Pfauen Miraculous sichtlich geschwächt wurde, hat er sich ernsthafte Sorgen um Nathalie gemacht. Könnte Gabrielle Agreste also auch mehr Gefühle für seine Sekretärin entwickelt haben? Könnte er insgeheim angefangen haben, seine geliebte Frau zu vergessen und sie in das Kapitel seiner Vergangenheit verbannt haben? Eher nicht. Die Fotos in der Villa Agreste und auch die Tatsache, dass Gabrielle Emelie immer wieder in ihrem gläsernen Sarg besucht, verdeutlichen, dass er seine geliebte Frau immer noch nicht vergessen hat und er sie vermisst. So sehr, dass er sie in die Gegenwart zurückholen möchte. Aber allein diese Tatsache muss nicht bedeuten, dass ihm Nathalie nicht auch ans Herz gewachsen ist. Es wäre sogar möglich, dass Gabrielle seine Frau über alles liebt, aber trotzdem auch anfängt für Nathalie Gefühle zu entwickeln. Denn wie wir wissen, kann sich niemand aussuchen, wie er gegenüber anderen Menschen empfindet. Vielleicht könnten ihm gerade diese zwiegespaltenen Gefühle in der finalen Episode in die Quere kommen. In der Villa Agreste leuchtet in dieser Nacht bis zur späten Stunde das Esszimmerlicht. Paris ist in eine kalte Herbstnacht gehüllt und die Stimmen auf den Straßen vermindern sich von Sekunde zu Sekunde. Emelie Agreste sitzt an ihrem Esstisch und fragt sich innerlich, wie lange es her ist, dass sie zuletzt in diesem Raum gegessen hat. Ihr Mann hat es geschafft. Er hat die Miraculous von Lady Buck und Cat Noir genutzt, um seine Frau aus ihrem endlosen Schlaf zu wecken. Adrien und auch sein Vater sind ebenfalls anwesend. Eigentlich wollte Adrien, dass Marinette auch bei diesem besonderen Essen dabei ist, aber sie hat dankend abgelehnt und ihrem Freund mitgeteilt, dass dies ein Familienabend sein sollte und sie nicht stören wollte. Es herrscht eine beklemmende Stimmung am Esstisch. Wie lange ist es her, dass alle drei gemeinsam zusammen hier saßen? Für Adrien ist diese Situation noch nicht wirklich verdaut. Einerseits hat er erfahren, dass sein eigener Vater der Bösewicht Hawk Moth ist. Und andererseits hat er gerade seine verschwunden geglaubte Mutter wiedergefunden. Fast schon fühlt er sich schuldig. Zwar hat Adrien nie aufgehört, an seine Mutter zu denken und auch ein Bild von ihr als seinen PC-Hintergrund eingestellt, aber irgendwie kann er sich nicht so freuen, wie er es sich in Gedanken vorgestellt hatte. In der Zwischenzeit hat Adrien gelernt, ohne seine Mutter auszukommen. Und auch wenn sie für ihn die wichtigste Person auf der Welt war, so ist diese Situation jetzt um einiges befremdlicher, als wenn er ohne seine Mutter weiterleben müsste. Adrien schweigt. Seine Eltern sehen sich an und können ihren Sohn verstehen. Wir reden aber, du warst so beschäftigt und ich hab immer das Gefühl, dass du nicht über sie reden willst, also... Wenn du möchtest, kannst du in dein Zimmer gehen und für dich allein sein. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ich werde warten, sagt seine Mutter. Adrien lächelt dankbar. Genau diese Worte waren es, auf die er insgeheim gewartet hatte. Er verschwindet in den Gang und lässt seine Eltern allein im Esszimmer. Auch jetzt ist es seltsam still. So still, dass man Adrians weit entfernte Schritte noch laut wiederhallen hören kann. Emily sieht ihren Mann ernst an. Du weißt, dass meine Rettung einen Preis hat. Gabriel nickt. Jemand muss an meiner Stelle ins Koma fallen, betont Emily. Auch jetzt nickt Gabriel ohne jegliche Emotion. Emily ist fassungslos. Sie hätte sich nichts sehnlicher gewünscht, als ihre Familie wiederzusehen. Aber der Gedanke, dass ihretwegen ein anderes Leben quasi ausgelöscht wird, lässt sie nicht los. Alle wussten, dass es einen gleichwertigen Preis zu zahlen geben würde, würden die Miraculous eingesetzt, um Emily zu retten. Es war niemandem bewusst, wer genau diesen Preis zu zahlen hätte. Aber Emily ahnt, dass es jemand sein wird, der ihrer Familie sehr nahe steht. Ich kann das nicht zulassen. Wir haben mit größeren Mächten gespielt und das Ausmaß nicht abwägen können. Du musst mich gehen lassen. Zwar war Emily all die Zeit von außen in einem komatösen Zustand, aber innerlich war sie immer wach. Es war, als würde ich mich beim Träumen beobachten, erklärt Emily ihrem Mann. Sie gesteht, dass sie die Idee, damals mit ihrem Mann auf die Suche nach dem Miraculous, sehr spannend fand. Je mehr beide sich mit den Kwami und den Miraculous beschäftigten, desto mehr wurden sie in diese für viele unbekannte Welt hineingezogen. Als beide dann noch entdeckten, welche Kräfte die Kwami den Menschen verleihen konnten, haben sie den Blick zur Realität verloren. Emily erzählt auch, dass es Gabriels Plan war, so viel Macht zu haben, dass sich die Familie um nichts mehr sorgen müsste, denn Gabriel Agrest war entgegen der allgemeinen Aussage nicht immer ein wohlhabender Mann. Im Gegenteil, als Sohn einer alleinerziehenden Schneiderin hatte er nicht viel Geld und konnte Emilys Familie nicht überzeugen, denn Emilys Familie war Prestige sehr wichtig. So baute er sich nach und nach eine Existenz als heute angesagter Modedesigner auf. Aber auch als Modedesigner bekam er das Image des hochgearbeiteten armen Jungen nicht los. Hinter ihm tuschelten die Menschen, wenn er auf einer Gala oder einer Vernissage anwesend war. Als er seine ersten Verkäufe tätigte, kamen einige Kunden und lachten ihn aus und fragten, ob die Qualität seiner Ware dieselbe sei, die seine arme Mutter zu Spottpreisen angeboten hatte. Er hegte einen solchen Hass auf die Menschen, dass die Miraculous ihm wie gerufen kamen. Er wollte endlich diejenigen unterdrücken, die es seiner Meinung nach verdient hätten. Deshalb spielten er und Emily mit der Macht der Miraculous und übersahen, welche Auswirkungen das beschädigte Pfau Miraculous auf seine Frau haben würde. Emily sagt ihrem Mann, dass sie glaubt, dass dies ein universelles Zeichen war, das zeigen sollte, dass man mit den Kräften des Universums nicht spielen und vor allem nicht zu seinem eigenen Nutzen einsetzen sollte und dass er nicht so weitermachen könne wie bisher. Sie habe Frieden geschlossen und sei bereit zu gehen. In diesem Moment kommt Nathalie in das Esszimmer. Es gibt ein Problem, sagte diese aufgebracht. Adrien sei in das Krankenhaus geeilt, weil Marinette plötzlich in der Küche bei sich zu Hause umgekippt und nicht mehr aufgewacht sei. Emily und Gabriel sehen sich an. Siehst du, sagt seine Frau flehendlich, alles was wir tun hat Konsequenzen und ich lasse nicht zu, dass diesem Mädchen, das das ganze Leben noch vor sich hat, das gleiche passiert wie mir. Gabriel schweigt. Er wechselt einen warmherzigen Blick mit Nathalie und bittet sie mit einer Kopfbewegung aus dem Zimmer zu gehen. Emily versteht sofort. Du liebst sie, nicht wahr? Gabriel ist von dieser Frage schockiert und fängt an zu stottern. Schließlich seufzt er und sagt Emily, dass Nathalie immer für ihn da war und dass er in dieser ganzen Zeit ohne seine Frau sehr einsam war. Aber er hat Emily nie vergessen und sie auch nicht betrogen. Trotzdem gesteht er seiner Frau, dass seine Gefühle für Nathalie real sind, denn es wäre unsinnig, dies zu leugnen. Seine Frau kennt ihn besser als er sich selbst. Auch wenn sie sich jahrelang nicht mehr gesehen haben, so kann sie immer noch jeden seiner Ausdrücke richtig deuten. Du weißt, dass du mich gehen lassen musst. Die Natur fordert ihr Gleichgewicht. Gabriel erwidert bestürzt, ich kann nicht. Ich brauche dich. Daraufhin lächelt seine Frau und macht ihm deutlich, dass er die vergangene Zeit komplett ohne sie gelebt hat. Und dass er einen gesunden Sohn und eine nette Assistentin hat, die ihm neues Glück für die Zukunft versprechen. Aber Marinette ist nicht schuld an den Vergehen von Gabriel und Emily. Denn Emily erkennt, dass sie genau wie er süchtig nach dem Miraculous gewesen ist und dass es nicht gerecht wäre, ein unschuldiges Mädchen für ihre Taten büßen zu lassen. Sie sieht ihren Mann ein letztes Mal an und sagt ihm, dass es ein großes Geschenk war, noch einige Stunden mit ihm zu verbringen und dass sie nie vergessen würde, welch ein Schatz ihre Familie für sie ist. Sie küsst ihn ein letztes Mal und verlässt anschließend in schüchternen Schritten die Villa der Agrests. Gabriel bleibt allein im Esszimmer zurück. Er erkennt, dass er seine Frau gehen lassen muss, weshalb er ihr nicht nachrennt, sondern nachdenkend auf die Wände starrt. All sein Hass ist verflogen. Seine Gier nach Macht hat sich in einem Moment aufgelöst. Es ist, als hätte die letzte Begegnung mit seiner Frau seine inneren Wunden geheilt. Auch wenn diese Begegnung die letzte sein würde. Aber was würde seine Frau nun tun? Er rennt ihr nach, denn er möchte und kann sie nicht verlieren. Draußen peitscht der Wind und die kalte Herbstluft lässt Gabriels Haut erzittern. Noch nie hat er sich so lebendig gefühlt. Marinette erwacht am nächsten Morgen im Krankenhaus. Die Ärzte konnten erst keine Ursache für ihren komatösen Zustand finden und sind umso überraschter, dass Marinette scheinbar unbeschadet wieder aufwacht. In der Zwischenzeit ist Nathalie im Krankenhaus aufgetaucht. Als Adrien, der die ganze Zeit im Krankenhaus geblieben ist, bemerkt, dass Marinette erwacht, ahnt er, dass dies etwas mit seiner Mutter zu tun haben muss. Sie zieht Adrien zu sich und sieht ihn ernst an. Es tut mir leid, Adrien. Aber bevor sie es ihm sagen kann, ertönt aus dem Fernseher des Krankenhauses eine Eilmeldung. Eine blondhaarige, mit 30-jährige Frau habe sich in die Senn gestürzt. Dabei hätte der Fischer, der sie am Morgen fand, noch nie eine solch schöne Frau gesehen. Seltsam war, dass die Frau ein Lächeln auf ihren Lippen hatte. Es war, als hätte sie endlich Frieden gefunden. So der Fischer. Adrien ist sprachlos. Nathalie nimmt ihn in den Arm und erfragt sie, wo sein Vater sei. Er ist bei ihr. Und jetzt ertönt erneut die Stimme des Nachrichtensprechers. Wenige Augenblicke, nachdem die Frau geborgen wurde, fand man einen Mann im Wasser, der ihr anscheinend folgen wollte, aber überlebt hat. Der Mann weigert sich bis jetzt, die Frau loszulassen und besteht darauf, bis zu der Beerdigung bei ihr zu sein. Drei Tage später findet im kleinen Kreis die Beerdigung von Emily Agreste statt. Marinette hat ihren Freund Adrien begleitet, der sich inzwischen beruhigt hat. Zwar mag es kühl klingen, aber für Adrien war es besser, seine Mutter nur kurz wiedergesehen zu haben, da sonst der Verlust viel schwieriger zu verkraften gewesen wäre. Gabriel Agreste und Nathalie holen am Ende der Beerdigung Adrien und Marinette zu sich und laufen in die Richtung einer abgelegenen Stelle eines Waldrandes. Dort vergraben sie die Schatulle der Miraculous. Adrien und Marinette nehmen schweren Herzens Abschied von Tiki und Plagg. Auch Gabriel gibt Noro frei und sagt, dass Hawk Moth zusammen mit Emily begraben würde. Es dämmert bereits, als man einen zufriedenen Meister Fu, der die ganze Zeit verschwunden gewesen war, sieht, der die Straßen kehrt und die vier sieht, wie sie als Familie nach Hause fahren. Meister Fu hat höchstwahrscheinlich sein Gedächtnis wiedergefunden. Denn als Marinette und Co. weit genug entfernt sind, kann man erkennen, dass er sich zu der Stelle, in der die Schatulle begraben wurde, begibt und diese ausgräbt und flüstert. Hallo, meine alten Freunde? Aber was würde passieren, wenn die Schatulle wieder in die falschen Hände geraten würde? In einem Blick in die Zukunft haben wir gesehen, dass Ladybug und Cat Noir später gegen einen anderen Hawk Moth kämpfen werden. Wie könnten sie also wieder Zugriff auf die Miraculous haben? Ist Meister Fu vielleicht etwas wie ein unsterblicher Hüter? Erzählt es uns doch unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!